Hey Leute, was geht? Für uns ein Hitz und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute gibt es noch wieder ein Discard-Roulette um Kimmich Summerstars. Das ist eine SBC-Karte, ich habe noch keinen YouTuber dazu was machen sollen, deswegen dachte ich mir, das passt auf jeden Fall perfekt. Und wir haben auch einen sehr, sehr nice Gegner, nämlich Erne. Was geht ab, Leute? Ernesto Valverdus ist auch wieder hier am Start, nach einigen Monaten mal wieder. Ja, es wurde wieder Zeit und es kann wieder teuer werden. Ich glaube, das letzte Mal wurden auch ein bisschen was diskartet und ihr seht schon die Kategorien. Es gibt wieder eine neue Kategorie. Dadurch, dass die Summerstars rausgekommen sind, 99er Ronaldo, 99er Messi, 98er De Bruyne und was weiß ich für Karten, ist es natürlich jetzt auch mit auf dem Rad. Die Once-to-Watch-Kategorie, über die sich alle immer beschwert haben, wurde jetzt wegradiert, kann man nicht mehr kriegen. Es wird immer und immer teurer, weil dieser Serie RIP erklärt sich von selber, dann müssen wir die Kimmich SBC machen und den abstoßen. Totti, ja, ist auch teuer und alles andere hier ist das Meiste auch teurer. Klar, ein, zwei Sachen gibt es, die günstig sind, aber ansonsten knallt das. Ey, nee, was sagst du, wie viele Likes können wir erreichen für dieses Duell? Boah, Leute, haupt mal wieder die 20.000 Likes hier voll. Wir haben lang nichts mehr aufgenommen und ihr feiert ja die Kombi, deshalb lasst doch mal ordentlich zum Ende von FIFA ein bisschen rasieren hier. Also kommt, alle mal einen Daumen da lassen. Das wäre krank, das wäre krank. Wenn wir uns pushen, kriegen wir das innerhalb von ein paar Tagen vielleicht hin. Wäre sehr nice. Checkt den Channel von der Nähe ab, da kommt auch morgen. Das Rematch haben wir eben aufgenommen, war sehr, sehr verrückt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Kimmich ist der Star, was wir heute kriegen müssen. Im Team ist ein Kimmich, egal welche Version. Den Summerstar kann man ja nicht kriegen, ist eine SBC-Karte, also einfach den Team of the Year oder die Goldkarte oder whatever. Dann mehr Summerstars oder Path-to-Glory-Karten im Team, denn mehr Spieler von 90 plus passen, mehr aus der Bundesliga und am Ende ein Bestes was Rating und Chemie. Und ja, je nachdem, wer mehr holt, drückt dem anderen mehr Discards. Bist du ready? Ja, ich bin ready. Ich erinnere mich noch an meinen Renato Sanchez, den ich mal gerne testen wollte und ihn dann direkt Discarden musste. Ja, das war Food Birthday war das, glaube ich. Ja, genau. Sogar so eine richtig kranke Karte von dem, die alle zocken mittlerweile, Meta-Karte. Ich konnte die nicht einmal spielen. War direkt weg, ist direkt rutschen gegangen. Das Geile ist, ich habe sogar einen Draft-Token, also ich kriege einen Draft umsonst. Ich bin ready. Lass reingehen. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. So habe ich hier eine coole Formation. Um ehrlich zu sein, keine davon. Ja, komm, ich nehme die hier. Ich nehme die hier. Komm, Leute, gönn jetzt mal was hier. Bei dir läuft er anscheinend wieder direkt. Oh Gott, oh Gott. Ich muss den nehmen, Bruder. Ich sage mal so, ich habe R9, habe ich gezogen. R9, Bruder. Oh, ihr Maradona. Ja, aber nehmen wir jetzt die Eiken oder nicht, Digga. Das ist die Frage, ne? Weil ich habe jetzt hier auch einen Bundesliga-Spieler. Ich habe auch einen Spieler mit 90 passen. Das ist echt schwierig. Ah, R9 hat kein 90 passen? Ne, hat der nicht. Der hat nur 81. Aber warte mal, scheiß, Mann. Der ist halt auch ein Path to Glory, Mann. Die davon eigentlich nicht ignorieren. Boah, das ist gerade echt schwierig. Ich glaube, ich kacke sogar auf den R9, Leute. Das ist so schwierig gerade. Das ist full eklig, Mann. Weil diese Path to Glory-Karten sind auch so selten. Ich nehme den mit. Ich nehme das scheiß auf R9, Digga. Ich gehe jetzt in die Bundesliga rein. Komm. Komm. Ach, geil. Was ist das denn? Ach, du heilige Scheiße. Was nehmen die mir für ein Ligen hier? Ach, du Kacke. Okay. Südafrika? Nehmen wir mit. Ja, was ich gerade für Spieler ignoriere, kannst du keinen sagen. Ich glaube, die Zuschauer nehme ich auseinander. Oh, du. Ey. Der ist unter der Bundesliga. Ach, egal. Das ist es. Ich habe jetzt nochmal Maradona Prime Moments bekommen. Ich darf ihn nicht nochmal ignorieren. Und das wäre ehrlich frech. So, wenn er sich schon so aufdrängt, dann muss man... Ja, wir haben hier einen Path to Glory, der sogar auch 90 plus passen hat. Der passt super rein. Oh, Müller. Oh, Pelé. Oh mein Gott, was so schön. Egal. Das Maul, Mann. Ich muss jetzt nochmal Bundesliga spielen. Ne, warte mal. Der 94 passen, der ist unter der Bundesliga. Komm, Junge. Sorry, Pelé, aber... Okay, wir kriegen einige gute, gute Spieler, die passen können. Bro, das wäre insgesamt so ein geiles Draft, aber dadurch, dass ich auf diese Kategorien schwitzen muss, die wir uns ausgedacht haben, das ist halt irgendwie wieder kritisch. Warte mal, der spielt... Ey, wenn ich jetzt einen Kimmich kriegen würde, den auf die rechte Seite... Bitte jetzt, Kimmich. Guck mal jetzt bei mir, Kimmich. Komm, komm. Ah... Scheiße. Ist egal. Bitte, Kimmich. Ah, okay. So. Müssen die Abwehr gehen. Bundesliga, gar nix. Oh, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Gib mal Linksverteidiger Davis, das wäre zu wild. Roberto Carlos, ich hab mal... Bundesliga muss mal kommen hier. Ich hab auch Roberto Carlos da einfach. Als ob. Doch, einfach genau. Junge, was geht hier ab, Mann? Bundesliga, Bundesliga ist rare, Mann. Die sind so selten, Mann. Ich glaube, wenn man da ein paar von hat, hat man das Ding schon mal geholt. Jawohl. Oh, oh. Ja, muss hier mit Bundesliga gehen. Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall. Ich glaube, Piki ist hier der Sinnvollste. Komm, machen wir mal so und tauschen mal den hier. Ey. Schon mal Bundesliga am Start. Oh, woher sollen wir Bundesligaspieler kriegen, Mann? Muss den, Mann. Das Team, man sieht schon mal nice aus, aber... Ja, fehlt auf jeden Fall was. Irgendwie Summerstars. So gehen wir jetzt hier Rechtsverteidiger ein. Komm. Ach, Mann. Ich bin jetzt schon bei der Bank, Alter. Ich bin auch gleich bei der Bank. Dann wird auch keiner 90-Kuss passen können. Keiner ist aus der Bundesliga. Hänger. Keiner passt ins Team. Warte mal. Ist ja einer davon. Okay, Leute. Komm. Wir starten jetzt rein. Wir brauchen Bundesliga. Komm, gönn. Der wird halt ein bisschen Chemie auch nicht sonderlich geben. Wir müssen hier auf Rating. Ich habe auch keinen Bundesligaspieler. 1, 2, 3. Ich bin auch mal. Den Sergio. Nehmen wir Sergio mit. Ach, Bro, Mann. Wenn man beim Keeper verarscht wird, kann man auch gar nichts mehr machen. Das ist echt krass. So, ich bin auch bei der Bank jetzt. Jetzt wird es wild. Der Bundesliga gönnt ja mal gar nicht. Katastrophe bei mir, Alter. Leute, Mann. Digga, das ist immer so eine Entscheidung. Nehme ich jetzt hier aus der Bundesliga? Nehme ich die 90-Plus-Panz? Was tue ich? Boah, das ist für eine kranke Karte, Alter. Die nehmen wir mit. Ich tanze die auf einer Hochzeit gleichzeitig und bereue das am Ende. Die nehmen wir mit. Okay. Also jetzt haben wir schon mal die Chemie. Das ist schon mal super. Ja, diesmal hast du drauf. Gas mit Sachsen. Ja, ja, ja. Ey. Komm, jetzt kommen wir Kimmich hier, Alter. Mann. Brauchen wir einen anderen Set. Dann passt das. Dann nehme ich jetzt Rating für die Bank. Erst mal unterhält 90 passen. Das ist auch wichtig. Ja, das wird eine geile Kategorie. Oh, Gott, Alter. Weil der wird mir nicht so viel bringen, ne? Der kann aber nicht passen. Oder doch? Ja, doch. Von den allen mit der... Brogan, bitte Kimmich. Bitte. Komm einfach mal um die Ecke auf. Korrekt. Oh, der kann auch passen. Gönn doch mal Bundesligaspiele. Hallo. Alter, was geht denn hier ab? Ey, was geht hier ab? Ich muss mal keinen Kimmich kriegen, Mann. Man schlägt so oft Kimmich ein. Und ich weiß, ob das passt. Junge, was ist das denn hier, ey? Ich bin ja chemietechnisch, glaube ich, schon sehr gut dabei. Ich brauche nur einen Manager, der die Premier League trainiert. Das tut man eigentlich so gut wie immer. Ich bin auch gut dabei von der Chemie. Aber ich brauche Bundesliga, Bruder. Ey. Okay, der kann nicht passen. Schwierig. Digga, dieses Summer Star Path to Glory, Mann. Ehrlich, realistisch, habe ich Spiele auf der Straße gezogen. Kimmich tutzt. Let's go. Mix some notes. Ey. Bro, der ist ein Game Changer. Der macht Chemie voll. Der ist gut. Hat schöne Haare. Kann gut passen. Alles. 193 habe ich gerade. Was? Knock, knock, knocking on heaven's door. Halt. Was für 193? Digga, ich verliere, glaube ich, jede Kategorie. Bro, warte. Jetzt haben wir jetzt noch ein paar Bundesligaspiele. Leute, kannst du gleich nach Hause gehen. Ah, dann ist schon wieder einer mit 193 passen. Ich kann safe nach Hause gehen. Ja, hast du den guten Insignia gezogen, ne? Hä? Wo war es denn aus? Ja, weil ich den Zeit gleich auch ziehe, Mann. Was? Fake, fake, buh. Gönn jetzt mal Kimmich, Mann. Bundesliga, Bundesliga. Oh, ja, okay. Was ist das für ein Team, Liga? Ich glaube, in der Kategorie können wir irgendwie noch gewinnen, Leute. Deshalb, komm. Einfach mal. Komm, letzter Spieler. Nein, ich bin nicht in allen Gut. Letzter Spieler bist du jetzt? Ah, letzter Spieler. Kacke. Ey, gar 192 haben wir in der Sohn, oder? Nein, kein Bissierkeeper, nein. Was hast du im Team schon wieder? MLS, Columbus, Crew. Die haben doch ihr Logo geändert. Die waren doch früher, gell? Okay, müssen wir mal ein bisschen sortieren und so, Leute. Dann gucken wir mal gleich hier, ey. So ist ein bisschen Quatsch, ey. Ein paar Spieler hier können leider gar nichts. Aber 192, also fuh, fuh. Was, wie machst du das? Ich weiß es nicht, Digga. Mein Team ist auch nicht schlecht, aber... Ich hab auf der Bank 95, 95, 95. Meine Bank ist halt Todes. 94, 93. Der alle auf der Bank können was. Ja, ich muss nur kurz zählen. Es gibt, ich weiß nicht. Also, was da ist angeteilt, habe ich vielleicht gewonnen. Ich weiß nicht, ob du Kimmich hast. Ich glaube nicht, weil sonst hätte ich mich gefreut. Deswegen bin ich gut dabei, insgesamt. Ja, ich würde sagen, Team stehen. Wir haben alles durchgezählt. Wir holen jetzt die Manager ab. Und dann können wir direkt mal das Rating vergleichen. Ja, ist ja egal, welcher Manager. Nehmen wir einfach Jürgen Klopp. Cooler Typ. Ähm, ja. Was hast du insgesamt? Ich hab 191er-Draft. Boah, das ist sogar knapp. Ich hab 192er. Das ist echt nur ein Unterschied. Aber der Sieg geht an mich. So rückblickend muss ich auch sagen, ich glaube, ich habe mich überall richtig entschieden. Am Anfang habe ich Maradona ignoriert. Ich habe Neymar Todes ignoriert. Aber jetzt nach hinten heraus, glaube ich, das waren alles die richtigen Entscheidungen, weil ich so die meisten Punkte überall rausgeholt habe. Ähm, hast du, Kimmich? Nein. Nein, es ist 2-0 schon. Boah. Wie viele Summer Stars und Path to Glory hast du? Hier kann ich vielleicht gewinnen. Ich habe drei. What? Welche? Äh, Vinicius Junior, Vinaldom und Rebic. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ja, du hast gewonnen. Ich habe einen nur. Ja, richtig. Scheiße. 90 plus passen. How much is the fish? How much is the fish? Der Fisch ist sechs. Neun. Boah. Aber Bundesliga bin ich ein bisschen wack unterwegs. Da muss ich jetzt generell schwer. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, ich bin da noch wacker unterwegs. Ich habe nur vier. Boah, sechs. Vier, eins. Vier, eins Sieg. Let's go. Boah. Ich sage ehrlich, alles richtig gemacht, glaube ich, bei diesem Draft. Ah, scheiße. Ich hatte eigentlich ein gutes Team. Ich hatte Hullit, Vinicius, Pogba, Vinaldom, also viele 90er-Spiele eigentlich so. Ja, bei mir lieb auch, also ich glaube, ich habe 95 und höher irgendwie sieben Stück. Krank, Alter. Ich habe echt richtig heftige Spiele auch bekommen. Obwohl ich sogar Neymar Thompson so ignoriert habe. Und Pelé, 98 habe ich auch ignoriert. Warum, wen hast du dafür mitgenommen? Ja, Bruno, Headliner. Ich weiß gar nicht warum. Warum? Scheiß drauf. Hat ja geklappt alles. Scheiße. Gar keinen Sinn einfach, dass ich den genommen habe. Ähm, ja, nice, chillig. Let's go. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum Rad des Todes. Eieiei, vier Discards, Danny, einen. Wer soll anfangen? Lass mich mal anfangen. Willst du zum Schluss warten, bis bei dir Rip kommt? Eigentlich will ich nicht als letztes. Das Ding ist, wir haben bei dir auch nur als erstes gemacht. Eigentlich muss ich jetzt erst. Ja, komm, mach deinen ein. Hol dir den Rippen ab, komm. Ich will das schnell hinter mich bringen. Mach die Kimmich SBC. Mach die Kimmich SBC. Nein, nein, nein. Kimmich hat mich eben gerettet. Ich will den nicht machen. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, nein. Das sieht eklig aus. Icon Moments. Oh mein Gott. Nein, dieser eine kann mich auseinandernehmen. Nein. Nein, nein, nein. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich bin auf der Seite. Habe ich hier gute dabei? Du siehst mich gerade. Ich muss ruhig sein. Ich muss mich ruhig. Okay. Ähm, ich gebe dir die Nummer 7. Ich schwöre, ich wusste, du gibst nur die 7. Du bist so ein Cristiano Ronaldo-Fan. Ich wusste, du gibst nur die 7. Es ist Marke Lele. Nummer 3 ist heu 7 Prime Moments gewesen. Was? Oh mein Gott. Ach. Ich hätt sogar, ich hätt das ganze Video drauf gewettet, du sagst 7. Das ist so. Boah. Deswegen, ich hab extra mir nichts anmerken lassen, weil ich wusste, wenn ich jetzt einfach ruhig bin, krieg ich die 7. Scheiße, gut, gut, gut pokert, ey. 300k kostet der. Ist vollkommen in Ordnung vom Prime Moments. Wer war noch so dabei? Eusebio, wer noch? Waren nicht viele teurer. Eusebio war der Einzige, der mehrere Millionen kostet. Die anderen waren günstiger. Marke Lele war jetzt besonders günstig, muss man sagen. Aber waren auch welche dabei, die nur 100k kosten. Also das ist so ein Mittelding. Aber ich kann trotzdem zufrieden sein. Ja, viermal jetzt für dich, ne? Ja, viermal, Digga. Bitte gib mir zweimal Gold oder sowas. Das kann ja eigentlich nicht passieren, sowas, ne? Zweimal Gold, Danny. In deiner Hand. Ich vermiss mich. Geht nicht. Oh, 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 oh. Samassas. Oh. Da ist auch noch einer vor RIP. Ach, du schaffst. Knapp sogar auch, ganz knapp. Okay, Samassas. Ich geh drauf. Chilter, Ronaldo, möchtest du dich freuen auf der Seite? Ja. Ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da sagst du schlimme Seite. Ja, es ist okay, ist okay. Ich nehme einmal den drittletzten auf der Seite. Christiano. Nein. Doch. Was laberst du? Ich schwöre. Was soll ich sagen, was das krasse ist? Es ist nur Christiano auf der Seite. Was laberst du? Ich schwöre. Es ist nur Christiano da. Hä? Hast du Cristiano Ronaldo eingegeben? Was laberst du? Mach mal ein Foto da. Zweite Seite auch. Dritte Seite auch. Hä? Was macht ihr das? 100 Mal Ronaldo? Ich schwöre. Jungs, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So was habe ich noch nie erlebt. Eine Seite, alles dergleiche Spieler und dann gefühlt der Teuerste, der so überhaupt geht. Ist ja geil. Ist ja 5, nee 4,5. Irgendwie so. Ja, 4,5. Das ist respektlos. Wir lassen jetzt die letzten beiden mal drehen weg, weil Scheißdorf macht gar keinen Unterschied. Also, Hertha kann es jetzt gar nicht mehr kommen. Wir diskarten einfach jetzt das, was wir in der SVC hier drin haben, weil Bro, es ist vorbei, einfach. Das Video ist durch. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich mache meinen Makelele weg. Also, ich bin sehr gut weggekommen, kann man so sagen. Das ist jetzt schmerzhaft, Alter, ja. Scheiß. Scheiß. Ich dachte so, okay, Ronaldo wird auf der Seite sein, Messi auch. Aber das ist die komplette Seite, das ist echt. Keine Ahnung, wer den da draufgestellt hat. So was habe ich noch nie gesehen. Also, entweder EA hat da 500 Stück auf den Markt geworfen oder einer hat ihn sich 30 Mal gekauft und draufgestellt. Macht aber auch keinen Sinn. Also, wir können festhalten, das ist auf jeden Fall irgendwas komisch gewesen. Ähm, naja, man, so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Echt. Also, das heute, was wir hier heute gesehen haben, ist die letzten Jahre, die letzten zehn Jahre in der Aufnahme von mir noch nicht passiert. Und wird die nächsten zehn Jahre auch nicht passieren. Also, das ist, glaube ich, eine einmalige Sache, die man noch nie vergessen wird. Das ist echt geisteskrank. Aber woran wir uns immer zurückerinnern können. Na, Mann, Digga, ab jetzt hat man immer Angst, wenn man eine Kategorie hat, dass einfach elfmal der Spieler kommt. Weil es einfach wirklich passieren kann, wie man gesehen hat. Ja, Digga, das ist nicht normal. Ja. Ah, sechs. Ah, Schmerz, Alter, das ist Schmerz. Auch wenn es jetzt schon ziemlich Ende von FIFA ist, Schmerz. Man muss halt bedenken, also es sind tatsächlich noch drei Monate ungefähr. Und wir müssen trotzdem noch die ganze Zeit aufnehmen. Und dadurch, dass jetzt fast dein ganzer Account, deine ganzen Coins weg sind, musst du nochmal für ein paar Tausend Euro aufladen. Für Serien. Und wenn Leute sagen, es ist Ende von FIFA, aber die verstehen nicht, dass es für uns trotzdem um viel geht und mega viel Geld ist und so. Und wenn man das halt bedenkt, tut das richtig weh. Jungs, checkt den Kanal von FIFA ab. Also, wenn wir hier nicht die 20.000 Likes knacken, weiß ich auch nicht. Link ist in der Beschreibung zu denen. Ja, Mann. Ja, wir sind raus. Macht's gut, bis dann. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.